Really! Emily! Nein, das erlaube ich nicht. Ihr braucht das Frühstück nicht herunterzustehen wie Wölfe. Es ist genauso wichtig wie jeder andere Malentag. Und Really legt die Schulsachen fort. Aber Mama, das Zähne muss nicht alles über Kanada wissen. Du kennst die Hausregeln. Keine Schulsachen hier am Tisch. Was mich anliegt, so hat mich lieber gesunde Kinder als Bescheide. Ich bin deines Mutter, das weiß ich doch. Ich bin das klügste Kind in unserer Klasse. Ich meine, Alter, du hast ein wunderbares Gedächtnis. Bist lieber dein Frühstück. Ich denke, 25 Cent die Woche ist genug Geld, dein Junge und dein Malte. Aber Tante, ich muss mir schrecklich viele Sachen kaufen. Ich verstehe nicht, wie Rebecca so viel Geld haben kann. Sie hat über einen Dollar. Ach, das habe ich mir nach und nach zusammengespart. Mutter, weißt du, was ich am liebsten habe auf dieser Welt? Geld. Es ist nicht so heiß, sondern dann, wann etwas ausgeht. Ist lieber ein Frühstück. Kinder, ihr müsst euch vereinen oder ihr werdet zu spät zur Schule kommen. Rebecca, du siehst wirklich sehr nett aus. Really? Die Loser am Krio. Du hebst die Füße. Emily, halt dich gerade. du siehst! Gerne, ich bin einfach hierher. Diese Bertheit. Vielen Dank.